So, schönen guten Abend. Heute ist der 12. April, aber das ist ja nicht so wichtig. Ich zeige jetzt mal was schönes über Standardprogramme und über Dateitypen. Erstmal hier klicken auf das hier, auf das bunte Startsymbol. Hier habe ich geklickt, hier. Und jetzt geht es um das hier, Standardprogramme. Einmal klicken. So, jetzt kommt es langsam. Das ist schon mal richtig hier. Ein bisschen größer ist auch nicht schlecht. So, und jetzt wählen wir Dateityp oder Protokoll, einem Programm zu ordnen. Dateityp zu ordnen ist auch das Thema. So, jetzt habe ich Pause gemacht, weil es so lange dauert. Das hier ist jetzt das Fenster, was aufgegangen ist. Das ist gerade aufgegangen. Und jetzt... So, ich rutsche jetzt ganz doll hier runter. Hier, Achtung, da. Bei diesem Pfeil, hier, wo ich der Pfeil wackele. Und da gehe ich drauf. Maustaste festhalten und runter. Weil ich nämlich jetzt was suche. Ich suche die Änderung, die ja mit M anfängt. Und zwar MP3. Oh, ich könnte auch WHV oder irgendwas mit Musik erst mal anfangen zu suchen. Ist MP3 schon irgendwo? Da. Ist MP3. Wir können MP3 auch anders aufmachen. Jetzt einfach nochmal da draufklicken hier. Da. Da habe ich geklickt. Und jetzt geht es auf Programm ändern. Da. Habe ich geklickt. So, und jetzt machen wir was anderes mit der MP3. Wir könnten zum Beispiel... Express Burn. Man könnte das brennen. Mit Express Burn kann man das schön brennen. Express Burn zum Beispiel. Das ist jetzt das Standardprogramm ab jetzt. Mit der, wenn man auf MP3 klickt, vom Computer aus, also von dem normalen Explorer. Mit Windows 7 sind wir jetzt hier. Wenn du da draufklickst, dann geht sofort Express Burn auf. Also danach. So. Das war es schon. Und okay, hier gehen. Und jetzt abwarten. Und jetzt haben wir es wieder geschafft. Ich habe da ein bisschen Pause gemacht, weil es so lange dauert. Was sieht man jetzt in dem Fenster? Kleines Ratespiel mache ich jetzt mal so. Spaß. Hier. Das sieht man. MP3. Express Burn. Express Burn. Das heißt, wenn MP3 angeklickt wird, dann geht das auf. Express Burn. So. Vielen Dank. Das war es schon. Das wollte ich hiermit gesagt haben. Das heißt, wenn wir hier mitmás haben. Aber hier wird noch mal klar. Nein. ers afterward mal.